Hallo und herzlich willkommen zu diesem Let's Play Eurofly mit mir, dem Felix, für den Kanal vom Maximilian oder beziehungsweise vom Taurus-Fan. Heute geht es uns um Eurofly. Ich möchte von Frankfurt am Mai, was mein Heimatflughafen ist, nach Wien. Ich würde sagen, wir öffnen mal Eurofly. Willkommen bei Eurofly, über Eurofly. So, jetzt ist die Frage, welches Flugzeug nehmen wir? Ich möchte auf jeden Fall ein Airbus nehmen. Ja, ich habe ein paar Sounds geändert und das werde ich auch gleich bei der Musik hören. Die Musik wurde auch geändert. Die deutsche Musik habe ich eigentlich nichts für. Das hat eine Kumprine von mir gemacht. Ist nicht mein Musikgeschmack, aber okay, kurz. Bordcomputer. Computer an. Lichter. Vordere Lichter an. Beleuchtung an. Startes Hochzorn. Leere Sprecher. Stellen Sie eine Frequenz ein. Flüssig ein.δ Pić. Flüssig. Sierra Kilo 737, roger, ground. Sierra Kilo 737, Rampe, hallo. Asking for gates. Sierra Kilo 737, taxi to gate 1 to commence passenger boarding. Sierra Kilo 737, gate 1. Okay Die Tante auf Zieleinstellen Das sind die offiziellen Funksprüche, die Piloten Am Frankfurter Flughafen verbinden Sauerstoffanlage an Lüftung, Kollisionswand Wetterradioanlage an Man darf am Frankfurter Flughafen eigentlich nur Man darf am Frankfurter Flughafen eigentlich nur 30 kmh fahren Aber ich fahre jetzt schneller gerade So Ich werde die Musik allerdings auch gleich abschalten Die Tante Die Tante Die Tante Ich heiße Sie herzlich willkommen an Bord. Vor dem Start werden wir Sie mit wichtigen Sicherheitsvorkehrungen vertraut machen. Dazu bitte ich Sie kurz um Ihre Aufmerksamkeit. Sierra Kilo 737, wait in line. Okay. Wir drehen uns aber schon mal. Aus. Achtung. Die Türen sind Gate 1. Oh. Gate 1. Das ist das erste Mal seit langem, dass ich für Eurofly spiele. Gate 1. Gate 1. Gate 1. Gate 1. Gate 1. Sierra Kilo 737, wait in line. Gate 1. Gate 1. Wir fahren uns schon mal langsam in Richtung Gradbahn. Gate 1. Wir haben die Stewardessin Nathalie an Bord. Das ist eine englische. Gate 1. Wir fahren jetzt mit 60 kmh langsam in Richtung. Gate 1. 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 Sierra Kilo 737, taxi runway 3. Ladies and gentlemen, welcome aboard a Eurofly aircraft. We will be taking off in a few minutes. Please fasten your seatbelts. Thank you. Thanks. 1 1 Hüftung aus, Hüftung ab. Okay. 1 120.953 2 2 2 4 4 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 8 3 7 7 3 Contact Patrick to request take-off clearance. Have a good flight. 0Q737, switch to Tower of a day. Squawk 7610. Squawk 7610, hello. Identification confirmed. SK737, all runways are currently in use. Stand by. 0Q737, stand by. Yeah. 3. SK737, all runways are currently in use. Stand by. SK737, you're clear to take-off from the runway. 3. 3. 0Q737, runways are currently in use. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 5. 5. 6. SK 737, continue on your present course and altitude. SK 737, rise and maintain 8500. SK 737, rise and maintain 8500. ukan good. Ladies and gentlemen, not so special as you often. You can now unfass the C+. During the flight, the staff will be regularly walking through the aisles. So please get their attention if you would like to ask a question or need anything. We wish you a pleasant flight. Wir sind auf Flüßgeschwindigkeit. Ich schau mal. Das Flugzeug wird ordentlich durchgeschüttet. Ich habe gerade den Turbo aktiviert. Ich möchte ihn nicht in 43 Minuten nur so durchschwiegeln. Ich möchte, dass das ein bisschen schneller geht. Deswegen habe ich jetzt den Turbo auf 2000 gestandert, somit geht es im kleinen Video schnell. Ich komme nicht aus Hessen, aber ich kenne mich dort gut aus. Achtung! Die Turbo geht es. Noch einmal Rissen. Nee, ja. Jetzt brauchen wir noch 17 Minuten, das passt. Wir sind in Aschaffenburg. Wir sind in Aschaffenburg. Da guckt meine Mitarbeiterin des Sykrografen aus Frankfurt her. Und zwar die Überwachung der Sicherheitskrieg von Terminal. Terminal mit Suti-Manager. Kommt da weg. Aus Aschaffenburg. Der Waldungsgemeinschaft Leitfall statt. Was ist das? Schönen Sie einen Frequenzleiter? Es ist der Kompromiss. Nein, nein. Es ist der Kompromiss! Sie müssen die 11.3. Die S raar sind auf dem Flugzeug zu dem Flugzeug. Auf dem Flugzeug gestalten. Es ist der Riss. Gern die Langerland. Und dann Landkreis Dildenberg, Verwaltungsgemeinschaft, Stadt Brutzelte. Landkreis Meinschmessach, Verwaltungsgemeinschaft, Kreuzheiltein. Markt Heidenfeld, Verwaltungsgemeinschaft, Kreuzheiltein. Ab jetzt weiß ich schnell die Gruppe sind. Wir fliegen über Tschechien nach Österreich rein. Das hätte ich nicht gemacht. Ich wäre über Bayern, also Nordrhein-Westfalen, Hessen, Bayern und dann Nordrhein-Westfalen. Naja, und dann Österreich, ich würde so sprechen. Na gut. Es ist so wie es ist, gerne. Ja, das ist der nächste Flughafen. Ach, der nächste ist Frankfurt, 89 A. Ja, der letzte. Ah. Wir realisieren auf 100 Kilometer welches Flugzeug. Auf dem Land. Da ist nichts. Okay. Okay, da ist der Schneefall. So, wir fliegen nicht rein, wir steigen, Schnee-Räsche. Was ist denn, gibt es da hier? Wir könnten steigen bis auf die 12.500 Meter, aber ich möchte es nicht ausprobieren, weil ich jetzt nicht unbedingt eine T-Kreis-Warnung... Apropos T-Kreis-Warnung, weil ich nicht unbedingt eine T-Kreis-Warnung dabei zwingen möchte. Ich möchte jetzt mal schauen. Wie ist es warm? Sie ist warm. Ich habe eben darüber gesprochen. Ich brauche dafür gar nicht mal zu steigen. Nein, so gut habe ich den Autopilot an. Daher funktioniert das ganz gut. Kein Flughafen in der Nähe, der nächste ist Frankfurt, 132 km. Das ist nun in etwas größerer Fliegel. Der... Ja, ich denke, der ist ein Land auf Frankfurt. Landebahn Nordwest, oder wann? Weißt du nicht, ich bin nicht ausgestiegen, 180 A. Wo ist bei 180 A? Ja... Ja, nee, Landebahn Nordwest, glaube ich, eher. Wir sind von Bahn Nordwest gestartet. Wir sind von der neuen Stadt Bahn West gestartet vorhin in Frankfurt. Und haben dann nach Nordost beigedreht. Ich schaue mal, wie wir fliegen. Ich schiebe dann Ristowage, okay. Das ist interessant. Wir sind auf 8354 Meter Höhe, 2000 Kilometer, schön nicht kalt. Der Kurs ist 108 und die Nase steht auf 0. Wir gucken, was da hinten los ist. Und ich hol mir mal was zu trinken. Kann ich dir nichts holen? Ja. Das wird einen Moment dauern. Danke. Aber ich brauchte eben meinen Kaffee. Sonst könnte es sein, dass ich während des Fuß einschlafen werde. Nein. Das war natürlich nur ein Scherz. Das war natürlich nur ein Scherz. Ich schiebe deinen Kaffee. Der ist gut. Der Kaffee ist gut. Immer noch Frankfurt. Mein Gott. Ich schiebe mal eine Kaffee. Huff! Huff! Sieh... schon leer! Die... Klasse! Also wirklich? Na gut! Egal! Huff! Elf Minuten bis Wien! Schön! Mit dem H321 sind wir hier glaube ich unterwegs... Ne! Mit dem H320! Wir sind mit dem H320 unterwegs... 107 Passagiere... Plus Co... Und... Da... Da gehe ich die Cockpit-Tür auf... Ah! Bamberg! Da hat mein Vater mal gewohnt! Wie ihr seht, ein ganz bisserl kenne ich mich jedoch anders... Hehehe! Also wie ich jetzt gerade gesehen habe ist... Wien der A1 geflogen... Wo es doch immer mit dem H3 anfliehen kann... Das ist interessant... In Deutschland haben wir 5... Aber... Ist so! Da... Hannover... Berlin... Berlin... Frankfurt... Und... München... Haben wir... Wenn ich mich jetzt nicht irre... Schau mal... ÖH! Nein! Wer? Der... Flughafen München ist zu klein für Gartikel 3... Kann eigentlich gar nicht sein... Naja... Gut, eigentlich müsste der Flughafen Köln-Bonn mein Heimatflughafen sein. Aber da ich mich auf dem Frankfurter Flughafen besser auskenne, ist es der Frankfurter geworden. Ist ja auch nicht schlimm. Zehn Minuten bis wie? Ein bisschen bewölkt ist es. Ah, ja. Flughafen Prag voraus. Vielleicht nicht komplett voraus. Das war der Flughafen Köln-Bonn. Ah, hallo. Stopp. Genau, wir fliegen hier vor uns hin, Straubingen, ah, wir kommen zu den Alpen. Wir kommen zu den Bergen, wir kommen zu Bayern, das ist interessant, sie haben die Oberdecke verlassen. Niederbeilen. Okay, Niederbeilen also. Ja. 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 Die Grenze Und zwar Jetzt Ich weiß nicht was er da macht Aber Sie bleiben bei 76 Kilometer in Tschechien Und fliegen dann nach Österreich Nein Genau Saalbau Südölkische Region Südwesten Bezirk Prachersitz Saalbau Kein Flughafen in der Nähe der nächste ist Frank und Süde 1.43 km Na Kein Flughafen in der Nähe der nächste ist Frank und Süde 1.44 km Ah Wir sind einmal im Flughafen Prag Weiträumige Strömung Umflug Und haben den Flugbereich dieses 8 Und jetzt Und das Flugzeug durchgeschüttet Und haben den Flughafen Prag Umflug Genau Ich kenne mich in Tschechien auch nie aus Daher kann ich nichts zu sagen 30 km 3 In Österreich kann ich nämlich ein bisschen aus Weil ich ganz bisschen schon mal da war Und auch durchgefunden schon bin Aber Ganz viel kann ich da auch nicht zu sagen Achtung 2 minutes Jawohl Und 2 2 1 2 2 2 0 22 22 22 22 22 28 22 22 22 23 23 23 26 Ich bin jetzt hierher. Und wir sind Österreich. Das ist jetzt der UBA. 153 Kilometer bis hin. Und dort sitzt der Richard am Funk. Okay. Da haben wir deutsche Kollegen, bei denen wir uns gleich anmelden können. Wie gesagt, hier kann ich jetzt nicht ganz so viel. Meine Damen und Herren, wir müssen starten mit der Rapportenstein. Für Ihre Sicherheit, bitte fassen Sie die Rapportenstein. Die Rapportenstein. Na, an Noah! Achtung! 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 Die Tore wurden abgeschaltet. Achtung! Achtung! Tore jetzt! Föt. So, dann wird der Flug jetzt doch noch angeblich länger dauern. Achtung! Tore jetzt! Die Rapportenstein. Achtung! Tore jetzt! Sieben Minuten. Plus Minus. Tore. Achtung! Achtung! Tore jetzt! Achtung! 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 Tore jetzt! 100 Kilometer, noch bis weg. Geweinsame, Sie erlauben. Dürnstein 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 Wasserwahn fliegen, oder was? Wie gesagt, ich habe ein paar Sounds geändert in diesem Spiel. Genau. Wir sind gerade auf der Zeile, wir sinken. Das ist sogar schon eine ganze Zeit lang. Wir sind jetzt auf 4600 Metern Höhe. Wir sind gerade auf der Zeile, wir sinken. In etwa 7 Kilometer wird uns der Tower begrüßen. Ja. Ja. Wir sind soeben in unseren Luftraum eingefluft. Ihr Sport lautet 3703. Okay. Die Identifikation bestätigt. Sierra Kilo 737 ist Ihr Zielflughafen. Gehen Sie runter auf den 100. In einer Entfernung von 2 Kilometern, fragen Sie Landererlaubnis an. Das haben wir jetzt bei uns. Wir sind jetzt bei uns. Wir sind jetzt bei uns. Nein. Ja. Das ist bei uns. Dann sind wir jetzt durch die GK-7. Oh, das ist die Schnauze, aber wir sind insbesondere mit zurückzunehmen. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal. Hier war mein Rester per Tromson. Nee, ich war hier vor dem Rester per Tromson. Ich muss gar nicht mehr das aufmachen. Ich muss gar nicht mehr das aufmachen. Ich muss gar nicht mehr sehen, dass wir auf der Hölle gekommen sind. Also auf 100 Fuß, irgendwas 100 Meter. Ich muss gar nicht mehr das aufmachen. 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 So, Sierra Kilo 737, request for landing clearance. Sierra Kilo 737, Sie haben landeerlaubt. Ich wiederhole, Sie haben landeerlaubt. Thank you. Sierra Kilo 737, willkommen auf unsere Flughafen. Das ist nett. Das habe ich jetzt von uns absichtlich gemacht. Warum sieht ihr gleich an? Wir sind noch 1500 Meter von der Parkposition. Sierra Kilo 737, die Rollbahn ist frei. Sie können nun zur Parkposition rollen. Ich bin ja schon dabei. Das ist irgendwie doof, dass man am Boden auch keinen Funk hört. Bei allen Eurofällen war das besser groß, da man am Boden auch den Funk hört. Aber bei 9, bei 2 ist es nett mehr irgendwie. Das war mal der Lohangner vorbei. Das wäre in Frankfurt im Süden. Das hier weiß ich nicht. Ich gehe in den Flughafen Wien nicht. Das ist aber auch ordentlich was los. In Wien ist auch ordentlich was los. Ich gehe in den Flughafen. Ich gehe in den Flughafen. So! So! 2 2 Und? Drücken Sie die Eingabe-Taste zum Beenden. Beziehungsweise ich bleibe drinnen. Ich werde mich dann noch zurückfliegen. Aber das werde ich nicht dann noch aufnehmen. Ich würde sagen, ich wünsche viel Spaß beim Hören dieser Aufnahme. Der Maximilian hat die Erlaubnis, dieses zu veröffentlichen. Und ich würde sagen, auf Wiederhören!